Die größte Börse MEX Guten Tag, liebe Gäste und Abonnenten meines Kanals. In diesem Video werden wir über die größte Börse MEX sprechen. Wir werden seine Vorteile und starke diskutieren. Viel Spaß beim Anschauen. Und bevor Sie dieses Video starten, vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu setzen, um keine neuen Videos zu verpassen. MEX ist eine der führenden Handelsplattformen für Kryptowährungen, die sich durch besten Kundenservice und hohe Sicherheitsstandards einen Namen gemacht hat. Die Plattform wurde 2018 gegründet und beitert ihren Nutzern seit der Digitalen Asset Services aus einer Hand. MEX ist ein wirklich globales Projekt. Es hat Nutzern aus Englisch, Russisch, Koreanisch, Portugiesisch, Türkisch, Vietnamesisch, Hindi, Malaysisch und anderen Ländern der Welt und bietet 15 Sprachen und 13 Währungen weltweit. Jeder Anfänger oder professioneller Nutzer wird die großartigen Möglichkeiten, diese Plattform zu schätzen wissen. MEX bietet immer neue Altcoins an und wer führt über 1400 Token und über 1900 Handelspaare. Sie können einerseits die Vorteile des Port- und Marki-Handels der gebildeten ETFs, der Derivate und des Einsatzes nutzen. Insgesamt ist das Angebot von MEX sehr umfangreich und ermöglicht es Ihnen, Kryptowährungen für 27 verschiedene Fiat-Fährungen zu kaufen und bietet 75 Salonsmöglichkeiten. Die Nutzer können jederzeit das 24-7 Support-Team in Anspruch nehmen, um jedes noch so kleine Problem wie der Interaktion mit der Plattform zu lösen. Es lohnt sich nun, über die wichtigsten Vorteile dieser Plattform zu sprechen. Wie bereits erwähnt, bietet MEX Zugang zu einer Vielzahl von Token und enthält fast 2000 Handelspaare. Das bedeutet, dass Sie fast jede Kryptowährung finden und kaufen können. Erfahrene Nutzer werden die Bequemlichkeit und Effizienz von Produkten wie Spot- und Markenhandel sowie die Möglichkeit, von gebildeten ETFs zu profitieren. Das ganzen Wissen, Fans von passiven Inkommen, werden alle Vorteile des Einsatzes als Alternativ der Dienstmöglichkeit zu schätzen wissen. MEX hat sich als hervorragend erwiesen und steckt Binance in nichts nach. Die Plattform wird über eine englisch- und benutzerfreundliche Schnittstelle, mit der Sie problemlos verschieben Transaktionen durchführen können. MEX kann mit Fug und Recht als Multivährungsplattform bezeichnet werden, da jeder Benutzer die Möglichkeit hat, Kryptowährungen durch Fiat mit jeder verfügbaren Zahlungsmethode zu kaufen und zu verkaufen und darum gibt es 75. Hervor zu heben ist auch der äußerst bekäme Futishandel mit rekordwertig niedrigen Provisionen. Die Plattform bietet wohl einen Zugang zu den besten Tools, die es Ihnen ermöglichen, auf höchstem Niveau mit den Assets zu interagieren. Außerdem veranstaltet MEX wöchentlich Futures Veranstaltungen, an denen jeder teilnehmen kann. Alles, was Sie tun müssen, ist sich zu registrieren und mit dem Handel zu beginnen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, 400 Sets und 30.000 Sama zu erhalten. Über diese und andere Aktionen können Sie sich auf der offiziellen Website des Projekts informieren. Wir möchten Sie auf eine exklusive Veranstaltung für Dachnutzer hinweisen. Dies ist eine exklusive Aktion, bei der die Teilnehmer bis zu 50 USDT Futures Boni und 20 MX Tokens erhalten können. Um an der Aktion teilzunehmen, müssen Sie sich bei MEX registrieren und KYC bestellen, damit Ihnen ein Bonus von 50 USDT garantiert werden kann. Während des Aktionszeitraums erhalten neue Nutzer, die sich auf der Plattform registrieren und die KYC Prüfung bestehen, einen Futures Bonus von 50 USDT. Sie können auch Ihre Freunde einladen, am Futures Handel teilzunehmen. Wenn das Handelsvolumen 10.000 USD erreicht, erhalten beide Parteien einen Bonus von 20 MX im Token. Wenn während des Events Freunde erfolgreich über den Einladungslink eingeladen werden und ihr Futures Handelsvolumen 10.000 USD übersteigt, können sowohl der einladende als auch der eingeladene mit 20 MX Tokens belohnt werden. Begrenzt auf maximal 250 MX Tokens pro Benutzer. Die genauen Bedingungen der Aktion können Sie auf der offiziellen MEX Website nachlesen. Ich habe schon lange auf eine solche Aktion gewartet, also werde ich auf jeden Fall mitmachen. Ich hoffe, dass auch Sie daran interessiert sind. Und um keine neuen Angebote zu verpassen, empfehle ich Ihnen, die sozialen Netzwerke des Projekts zu abonnieren. So sind Sie immer über die neuesten Nachrichten und Aktivitäten informiert. MEX ist einer der wenigen Posenbetreiber, die mit der Qualität der angebotenen Dienstleistungen zufrieden sind. Ich empfehle Ihnen, noch heute MEX Nutzer zu werden. Verwenden Sie den Empfehlungslink, den Sie in der Beschreibung unter dem Video finden und werden Sie ein vollfertiger Nutzer der Plattform. Alle notwendigen Links finden Sie auch in der Beschreibung unter dem Video. Das war für mich. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.